hallo liebe leute und willkommen zu meinem freitags video diese woche mal etwas außergewöhnliches ich lasse euch an meinem liebsten überhaupt teilhaben darf ich euch vorstellen das ist meine kleine isa ihr seht frisst sie gerade leidenschaftlich eine karotte das tut sie nicht sehr oft weil ich nicht möchte dass sie so viel nassfutter frisst weil sie hat leichte darm probleme könnte man so nennen aber das wird auch gerade besser und jetzt sag hallo isa ja ein kleines kurzes video euch mal meine kleine isa vorzustellen isa ist ein teutoweda also es ist wirklich ein rassehase aber deswegen habe ich sie damals nicht mitgenommen sondern ich habe sie mitgenommen wegen diesen wunderschönen augen ja isa ist einer der wenigen hasen die auch ganz gerne mal mit dir schmusen und sie liebt es wenn man ihr den finger hinstreckt manchmal wenn man glück hat schlägt sie ja auch den finger manchmal hat sie auch keine lust drauf jetzt eine kleine room tour durch isas stahl hier sehen wir isas heu das liebt sie wirklich das ist ihr häuschen auf der sitze oft aber naja sonst mag sie es nicht ihre tränke und das ist ihr napf ja da haben wir wieder isa und das war es eigentlich auch schon jetzt sagen wir noch tschüss ja dann natürlich noch sagen vergesst nicht zu abonnieren wenn ihr auf meinem kanal seid ihr könnt auch gerne einen kommentar zu mir schreiben ich freue mich dann schreibt mir doch einfach mal ein hallo ja also dann tschau